Da oben, bei mir hier unten sind nämlich alle belegt mit dem Ei, also mit dem Ei. Mit dem Erzen. Deswegen wundert mich, dass es bei dir oben ankommt, weil bei dir oben ist doch eine längere Leitung. Da kommt immer drauf an, wo er zuerst was hinschiebt. Der soll mal ein bisschen... So, ich habe alle meine besetzt. Hast du? Ja. Dann komme ich mal kurz nach oben und hole mir mal das Erz ab. Nee, ich komme runter. Ich habe alles in der Tasche. Oder so, dann komme ich runter. Ich glaube, wir dürfen oben die Kiste doch nicht stehen haben. Nee. Dann haben wir oben ein Problem. Wenn die nicht da ist und er keinen Platz mehr hat, hat das irgendwo anders hinzutun, dann ist kein Problem. Wenn hier irgendwas verstopft, können wir immer noch eine Barrel nachrüsten. So, alles drin in deinen Barrels. Sehr geil, sehr geil, sehr geil. So. Das ist aber auch ein Bier, war dahinter. Ja, lass das auch so. Das ist schon alles gut so. Okay. Gut. 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 Bambambam Na gut So, mein Eis ist durch Brauchte ich wie viel? 10 Was brauchte ich denn dafür? Was wollte ich denn machen? 5 Das ist doch 10 Ja, das wird alles anders, wenn wir Igen Condries haben Meinst du? Mit Sicherheit, ja Oh, der kann gleich 2 auf einmal machen Elektrik-Compressor Ja, deswegen haben wir ihn gebaut Nice, nice Ist er richtig flott? Der debat noch ein bisschen was Wenn du 2 nebeneinander legst und das im normalen Kompressor machst, kriegst du eine Platte raus Bei dem elektrischen kriegst du 2 raus Also bei Stahl nicht Naja, aber bei dem Eisen und sowas Na, das ist ja Hast du Emirates oben drin? Äh, ein Gut, also gut Dann müsste es ja gleich ankommen Aber der war vorher schon drin, ne? Naja, aber es ist angeschlossen oben, ne? Äh, warte, 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 warte Die dritte Reihe habe ich noch nicht angeschlossen, nein Dann verstopft er jetzt Ja, ich müsste jetzt eine Runde rum Und wieder zurück Theoretisch Weiß ja, ich weiß ja nicht, wie viel von unten noch kommt Verschiedene Sachen, weißt du Ich muss ja so ne, so ne Schlängellinie fahren Sonst wird es ja hier nix mit den Bärbeln Sonst brauchen die ja ewig Naja, eigentlich müsstest du alles drin haben Eigentlich müsste ich alles drin haben Ja, okay, dann sitze ich jetzt hier hoch So Ja, okay Vielen Dank. 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 So... ... ...